Hier ist ein Bufthi namens Jonas. Grüßt euch, was macht ihr denn alle da? Das sind ja fast die gleichen Gesichter wie neulich auf der Geriatrie-Veranstaltung. Passt auf, beruhigt, denkt an euer Herz. Keine Angst, ich komm schon mit euch klar. Ich hab jetzt ein Jahr Bufthi gemacht und nach so einem Jahr im Altenheim, da komm ich mit euch auch noch klar. Es heißt ja immer, wir sollen vor den älteren Leuten Ehrfurcht haben. Aber ich hab da Ehrfurcht. Ey, bitte, was du da alles hörst. Neulich hab ich gelesen, die Männer ab 70, die zerreiben des Viagra und schnupfen des. Ja, weil Sex spielt sich in dem Alter nur noch im Kopf ab. Ja, oder habt ihr es gelesen, es gibt immer mehr kriminelle Senioren. Ja, und die Polizei ist angeblich nicht vorbereitet. Ja, was heißt denn da nicht vorbereitet? Keine Schnabeltassen im Knast? Kein einziger Rollator mit Blaulicht? Ich weiß auch nicht. Aber fit sind sie alle. Und die kriegen alles mit. Vor allem die Ommas. Gerade die Ommas bei uns im Kaff. Na, was in der USA, die NSA, das sind aufm Land die Ommas. Die Amis haben Obama und wir haben O-Mama. Die sind ja alle vernetzt. Die treffen sich, tun so, als würden sie einkaufen und dabei werden die neuesten Neuigkeiten erfunden, äh, erzählt. Ja, oder wie der Heimatdichter sagt, auf jeder Bank am Straßeneck, da sitzen sie als Stasi-Schreck, die Omas, denen nix entgeht. Hast du das nachts einmal verrückt, deine Freundin mal beglückt, weiß jeder es am nächsten Tag, denn ihre Oma war noch wach. Du sag mal, liegt der Müller noch im Koma? Keine Ahnung, frag doch mal die Oma. Ich würd gern wissen, wen die Nachbarn wählen. Das soll sie dir dann auch noch gleich erzählen. Für jedes Detail im Dorf leben, soll es da eine Expertin geben, die dann die anderen informiert. Zum Beispiel weiß da die Erna alles über Gemeinderatsinterna, aber pscht, das habt ihr nicht von mir. Vor gut zwei Stunden gab's nen Auto Brand, die Infos gibt's bei Ruth aus erster Hand. Und über Monis viel zu kurzes Kleid, weiß am besten Hildegard Bescheid. Bei uns im Dorf wissen die meisten, du darfst dir keine Fehler leisten, sonst geben Omas dir den Rest. Kippst du dir ein hinter die Binde, weißt das sofort diese Glinde, und bald hat auch das ganze Nest. Kippst du dir den Rest. Kippst du dir den Rest. Kippst du dir den Rest. Und nun, wenn du das Ganze auch organisiert is, in einem Punkt liegen sie dann doch völlig verkehrt. Also von welchem, wer nachts feiert, kann frühs an schaff. Den Satz hat ja wohl jeder schon mal von seiner Oma gehört, aber da is ja mal überhaupt nix dran. Wer nachts vögelt, kann frühs an ned fliechen. Aber von wegen, die Jugend hätt nur Feiern im Kopf. Also aus meiner Sicht ist die Jugend net so schlimm, wie sie manchmal gemacht wird. 35.000 Buftis jedes Jahr in Deutschland. Mit FSJ, also Freiwilligem Sozialen Jahr und Ähnlichem, da sind es sogar 85.000. Und die machen das alle freiwillig. Ey, das sind mehr denn je. Ne, weil ganz früher, also wie ihr alle noch jung wart, wenn ihr damals zu eurer Eltern gange wärt, noch dazu als Kerl, und hätt g'sagt, ihr wollt ein freiwilliges soziales Jahr mach, da hätt der Vater noch net mal die Bierflaschen aus der Hand g'sellt. Der hätt sich kurz am Feinripp gekratzt, dann hätt er dir en g'scheuert und dann hätt er g'sagt, ey, du fauler Hund, FSJ, Pförtz, schau, dass du in die Fabrik gehst und Geld verdienst. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht über mich grinst, mir hat's Spaß gemacht. Wir machen bufti Dienst, auch wenn ihr gruftis grinst. Ja, ja, im Altenheim geht zu der Oma rein, putzt Klo und Flur mit Abitur. Wie man so sagt, g'scheit sauber gemacht. Wir machen bufti Dienst, auch wenn ihr gruftis grinst. Und in dem Altenheim muss auch mal Pause sein. Tee in der Kanne kommt Schwester Anne. Immer was Warmes in der Pfanne. Wir machen bufti Dienst, auch wenn ihr gruftis grinst. Das Wundermittel heißt bei uns Melissengeist. Eins auf das Bein, eins auf den Arm. Der Rest erhält von innen warm. Wir machen bufti Dienst, auch wenn ihr gruftis grinst. Ja, ja, im Kindergarten kannst du auf Kinder warten. Ist grad keins da, ist auch nicht schlimm. Hast du den Spaß mit der Kindergärtnerin? Wir machen bufti Dienst, auch wenn ihr gruftis grinst. Nach einem Jahr ist dann aus, was so schön begann. Der Dienst ist aus, wir geh'n nach Haus. Und das Lied ist aus. April, 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 ich bin noch lang ned still. Denn ich bin ja noch jung und mach Verlängerung. Ein 4. Jahr, das geht schon klar. Buf, die sind ganz wunderbar. Hallo!